Hey Leute, hier schaut die Kummergames und in diesem Video zeige ich euch, wie ihr sideloadet auf eurer Quest 3, ohne dass ihr irgendeinen PC braucht oder Entwickleroption freischalten müsst. Ihr könnt das alles innerhalb eurer Quest 3 erledigen. Das ist eine super coole, einfache Möglichkeit, die ich gefunden habe. Shoutout zu anderen Tutorials, von denen ich das jetzt gesehen habe, aber ich habe das Ganze noch nicht in Deutsch gesehen und deswegen wollte ich euch das einmal zeigen. Was ihr dafür braucht, ist die App MobileVR Station. Die können wir uns ganz einfach im Store runterladen. Hierfür gebt ihr in die Suchfunktion hier oben MobileVR Station ein. Dann kommt ihr auf diese App, die ladet ihr einmal runter. Bei mir ist jetzt schon installiert, deswegen steht hier nur Starten. Bevor wir das Ganze starten, öffnen wir nochmal den Browser und laden uns einen alternativen App Store für Flat Games runter und SideQuest. Mit zum Beispiel APK Pure könnt ihr dann normale Apps installieren, die flach sind, sage ich mal. Zum Beispiel Discord, zum Beispiel YouTube, zum Beispiel, keine Ahnung, Subway Surfer oder was auch immer. Solche Sachen sollten dann funktionieren. Worauf ihr achten müsst, es können nur APKs runtergeladen werden, beziehungsweise installiert werden, APK-X-Dateien, glaube ich, heißen. Die funktionieren leider nicht. Ich habe gute Erfahrungen mit APK Pure gemacht, deswegen laden wir hier einmal APK Pure runter. Das Ding bei der Quest 3 ist, wir können eben keine APKs einfach installieren. Wenn das jetzt hier oben runtergeladen ist, kann ich jetzt nicht auf Installieren klicken. Das erlaubt uns die Quest 3 nicht. Aber mit dieser Methode können wir das Ganze umgehen. Warum APK Pure? Ihr könntet auch einfach andere Sachen direkt sideloaden. Wenn ihr zum Beispiel, keine Ahnung, Discord als APK habt, könnt ihr das auch direkt sideloaden mit dieser Methode. Aber wenn ihr dann diesen Store schon habt, könnt ihr Sachen direkt aus diesem Store installieren und müsst nicht immer wieder diese Methode machen. Das funktioniert ganz gut. So, das haben wir runtergeladen. Das landet jetzt in unserem Download-Ordner. Jetzt laden wir noch SideQuest runter. Das ist der alternative Store, der uns VR-Anwendungen und Games anbietet, die es nicht im offiziellen Store gibt. Zum Beispiel auch Sachen aus AppLab oder eben Sachen, die überhaupt nicht in irgendeinem Store von Quest, von Meta, geführten sind. Hier geben wir einmal einen SideQuest-APK. Es ist nämlich gar nicht so leicht, die APK zu finden. Auf der offiziellen Seite wird man nur sonst wohin geleitet. Wir gehen auf diesen GitHub hier, Releases, SideQuest VR-Lite und laden dann die Version 1.38 oder die neuere, wie auch immer, runter und gehen hier auf die APK. Die wird dann runtergeladen. Wir sehen dann hier dieses Fenster. Ich habe das Ganze schon runtergeladen, deswegen dauert das vielleicht nicht so lang oder wie auch immer. Jetzt können wir in Mobile VR Station, falls da irgendwelche Prompts kommen, dass ihr irgendwelche Zugriffsrechte geben sollt, macht das ruhig. Zum Beispiel auf den Speicher, denn wir wollen nämlich in den Speicher zugreifen. Die App ist eigentlich für einen ganz anderen Zweck, für alle möglichen Sachen, um irgendwie ein paar Sachen zuzugreifen, die normalerweise die Quest 3 nicht erlaubt. Aber Sideload ist gar keine offizielle Funktion hiervon. Aber wenn wir hier unten auf Android Fixes, Konfigurationsassistent gehen, können wir Show All Options klicken und dann auf das zweite Access Content Files, Configure Scope Storage und dann einfach oben hier Request Access. Dann kommt ein Fenster, das ist jetzt hier komisch an der Seite gelandet. Da könnte man jetzt irgendwas machen, aber wir gehen jetzt hier einfach zurück auf Quest 3 und sind hier in unserem Storage von der Quest 3. Hier gehen wir auf Downloads, da haben wir nämlich unsere APKs. Die sind jetzt ein bisschen doppelt, weil ich ja dieses Video ein paar Mal aufgenommen habe. Wir würden jetzt hier einfach draufklicken, geht nicht. Wir müssen hier auf diese komischen Pfeile drücken und dann öffnet sich der Installationsprompt. Der lässt uns das Ganze dann installieren. Es kann sein, habe ich zumindest gelesen, dass dieses Fenster unsichtbar ist oder im Hintergrund auftaucht. Ist mir jetzt noch nicht passiert, aber wenn dem so sein sollte, merkt euch, dass hier weiter oder gleich install ist. So in diesem Bereich, klickt euch da so ein bisschen durch. Wenn ihr hier auf Links, auf Ausfassen, auf Abbrechen gedrückt habt, kann es sein, dass ihr das abgebrochen habt. Dann müsst ihr es eben nochmal versuchen. Aber hier in dem Bereich klicken, hier drüber steht dann aktualisieren oder installieren. Da klicken wir auch und dann wurde nicht installiert, da das Paket offen und ungültig ist. Ja gut, kann sein, dass ich eine alte Version runtergeladen habe. So funktioniert es aber auf jeden Fall normalerweise. Ich habe hier auch andere Versionen. Kann auch sein, weil ich das zu oft runtergeladen habe. Ja, keine Ahnung. Irgendwas machte hier Probleme. Hat aber, es kann auch sein, weil Apika im Hintergrund jetzt offen ist. Hat auf jeden Fall funktioniert. Ich zeige es euch gleich. Dann gucken wir nochmal SideQuest hier. Macht ihr hier auch Probleme? Ne, das will er jetzt installieren. So wird das Ganze quasi gesideloaded mit der App Mobile VR Station. Damit umgehen wir dieses lästige Entwickleroption oder Entwicklerzustand bekommen. Was auch immer, wie ihr das beschreiben wollt. Das müssen wir alles nicht machen. So, um die Apps dann zu benutzen, entweder direkt auf Starten drücken, gehen wir hier auf Bibliothek. Und hier oben in dem Reiter können wir dann unbekannte Quellen anklicken. Und da haben wir dann unsere verschiedenen unbekannten Quellen. So, wir sind jetzt hier in Apika Pure und hier können wir, ziehen wir das mal näher ran. Funktioniert übrigens auch super mit Touch zum Beispiel. Hier oben können wir jetzt, wie gesagt, Subway Surfer eingeben. Subway, gucken, findet ihr das schon? Tatsächlich. So, Subway Surfer. So, die nervige Werbung haben wir einfach mal übersprungen. So, wir haben jetzt diese Flat Game hier. Guck dir jetzt mal zurück. So, und wir spielen jetzt einfach mal eine kurze Runde Subway Surfer. Und das Ganze beginnt sich mit dir auch super mit dem Touch. Ohne, dass ich irgendwas klicke, sondern einfach mit dem Bildschirm interagieren. So, und als nächstes zeige ich euch SideQuest. Dazu habe ich schon mal ein gesondertes Video gemacht. Schaut euch das gerne an. Das werde ich auf jeden Fall verlinken. So, SideQuest. Da habt ihr eben keine Flat Games oder Anwendungen, sondern Sachen, die explizit für VR sind. Zum Beispiel, ja, Virtual Desktop haben wir natürlich mittlerweile im Store, aber Gorilla Tech konnte man früher nur hierüber installieren. Wir haben Doom 3 Quest. Solche Mods können wir hier runterladen. Oder Apps wie Quest App Version Switcher anscheinend. Da können wir vielleicht unsere, ja, Quest Version wechseln. Keine Ahnung. Oder hier Custom Homes. Ist auch interessant. Kann man dann Custom Home runterladen. SideLoad Now. Genau, das ging schnell, zack, installieren. Und, ja, ich glaube, dafür muss ich jetzt, könnte ich jetzt hier in den, ich glaube, in den Einstellungen. Na, komm mal runter hier. Personalisieren. Und jetzt habe ich hier, ja, Minecraft Village. Und, ja, haben wir, so haben wir ein Custom Home installiert. Sieht sogar ganz, ganz niedlich aus hier. Wo ist eine Truhe? Was macht die? Gar nichts. Ja, das soll es gewesen sein. Damit komme ich zum Abschluss. Mit dieser Möglichkeit könnt ihr ganz einfach sideloaden, ohne, ich wiederhole es nochmal, einen PC zu benötigen. Mit den App Stores ist eigentlich nur dafür da, damit ihr nicht immer wieder sideloaden müsst. Denn sideloaden funktioniert auch über diese Apps. Dann müsst ihr das Ganze nur ein, zweimal machen. Ihr könnt aber natürlich jede einzelne App, wenn es eine App gibt, die nicht in einem Store ist oder die ihr selbst geschrieben habt oder was auch immer, dann könnt ihr auch auf diesem Wege hier einfach sideloaden. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst gerne ein Like da und abonniert diesen Kanal. für mehr hilfreiche Tipps rund um Virtual Reality. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020